Nach jahrelangem Dienst in der US-Armee nimmt Henrys Reise eine unerwartete Wendung, als er zu seinen Wurzeln in Hongkong zurückkehrt und seinen Blick auf einen neuen Karriereweg als Lehrer richtet. Sein Ziel? Die Tagchi Secondary School, wo seine Vergangenheit auf seine Zukunft trifft. Bei seiner Ankunft sieht sich Henry aufgrund seiner mangelnden Lehrerfahrung der Skepsis der Schulleiterin gegenüber. Bewaffnet mit einem Empfehlungsschreiben einer höheren Autorität, sichert er sich jedoch den Job. Was er nicht weiß, ist, dass seine erste Aufgabe alles andere als gewöhnlich sein wird. Zugewiesen zu dem, was als die schwierigste Klasse der Schule gilt, bereitet sich Henry auf die bevorstehende Herausforderung vor. Doch nichts könnte ihn auf die chaotische Szene vorbereiten, die ihn an seinem ersten Tag erwartet. Das Klassenzimmer gleicht einer Szene aus einem chaosfüllten Film, in dem die Schüler alles tun, außer zu lernen, vom Schlafen und Singen über Spielen bis hin zum Kochen von Ramen auf einem tragbaren Herd. In dem Versuch, die Aufmerksamkeit seiner Schüler zu gewinnen, verzichtet Henry darauf, ihre Aufmerksamkeit abzulenken und zirkuliert stattdessen im Klassenzimmer, um mit ihren laufenden Aktivitäten in Kontakt zu treten. Er rät den kochenden Schülern, ihren Rahmenkonsum aufgrund des hohen Natriumgehalts zu reduzieren, bietet Zufa Hilfe beim Ukulele-Spielen an und warnt einen engagierten Gamer vor den potenziellen Risiken einer langen Bildschirmexposition. Trotz anfänglichen Widerstands bleibt Henry hartnäckig, stellt sich vor und schreibt seinen Namen und seine Telefonnummer an die Tafel, erntet Lachen mit seiner unordentlichen Handschrift. Unbeeindruckt von der Bitte eines Schülers zu gehen, bleibt Henry standhaft und bringt die Schüler dazu, ihre Aktivitäten fortzusetzen. Frustriert von ihrer Gleichgültigkeit greift Henry zu einer drastischen Maßnahme und verwendet ein Gummiband und Kreide, um den Feuersprinkler zu aktivieren, was die Schüler dazu veranlasst, sich zu zerstreuen, um nicht nass zu werden. Nach der Schule versammelt sich eine Gruppe von fünf Schülern, die für ihre akademischen Schwierigkeiten bekannt sind, zu einer Rauchpause im Sportmaterialraum. Unter ihnen hegt Jack, der Anführer der Gruppe, eine geheime Bewunderung für eine A-Note-Schülerin aus einer anderen Klasse. Seine Gefühle werden deutlich, als er auf ihr Bild starrt, sehr zum Amüsement seiner Mitschüler. Ihre Kameradschaft wird durch eine bittere Rivalität mit dem wohlhabenden Basketballteam getrübt, das Jack wegen seines wirtschaftlichen Status oft verspottet. Die Spannungen eskalieren, als die Trainingsstunde des Basketballteams zur Kulisse für Jacks boshaftes Handeln wird, indem er leichtsinnig eine Flasche auf das Spielfeld fallen lässt, was Gelächter seiner Gruppe hervorruft. Allerdings ist ihr Vergnügen von kurzer Dauer, da sie die Konsequenzen tragen müssen und aufgrund der strengen Englischlehrerin, Miss Liang, im Gefängnis landen. Entschlossen der Bestrafung zu entkommen, greifen sie zu einem Streich gegen Miss Liang, in dem sie einen günstigen Moment nutzen, wenn sie mit dem Aufräumen ihres Schreibtisches beschäftigt ist. In der Zwischenzeit kämpft der Schulleiter anderswo in der Schule mit beunruhigenden Nachrichten, da das Bildungsministerium damit droht, einen erheblichen Teil ihrer jährlichen Finanzierung zu kürzen und die Sorgen der Schule noch zu verstärken. Während die Beamten die Mittelzuweisung prüfen, betritt er das Klassenzimmer und gerät unwissentlich in einen von den Schülern geplanten Streich. Mit blitzschnellen Reflexen weicht Henry einem drohenden Regenschauer aus einem strategisch platzierten Eimer aus und lässt die Möchtegern-Streicheur sprachlos zurück. Ihre Erwartung an Unterhaltung wandelt sich schnell in Erstaunen, als Henry ihre List mühelos durchschaut. In einem Moment, der seinen unkonventionellen Lehrstil unterstreicht, lenkt Henry die Aufmerksamkeit auf Jacks Rauchgewohnheit. Mit ruhigem Gemüt bittet er um Jacks Zigarettenschachtel und fesselt die Klasse mit seinen Absichten. Eine Herausforderung entfaltet sich, als er Zufahr damit beauftragt, die Bestandteile einer Zigarette zu benennen und für eine richtige Antwort einen Klassenausflug verspricht. Das Klassenzimmer bricht in einen Chor von Schreibtischklopfprotesten aus. Jeder Schüler drängt darauf, Zufahrs vorübergehende Befreiung nachzuahmen. In einem gewagten Schritt, der seine Schüler überrascht, verteilt Henry Zigaretten und ruft ratlose Gesichtsausdrücke und neugieriges Gemurmel hervor. Doch anstatt einen konventionellen Vortrag über Gesundheitsrisiken zu halten, fordert er sie auf, die vor ihnen liegende Zigarette zu sezieren und ihre finsteren Geheimnisse zu enthüllen. Henry umgeht das erwartete Gespräch über Gesundheit und taucht stattdessen in die Mechanik der Teeransammlung in ihren Lungen ein. Als das Klassenzimmer zu einer Form der Erkundung wird, erlebt Henry eine seltene Sightseeing-Tour, echtes Interesse an seinen Lehren. Als der Schultag zu Ende geht, sammelt Henry widerwillig die Zigaretten ein, auf die zögerliche Einwilligung seiner interessierten Schüler treffend. Die Ereignisse des Tages nehmen jedoch in der Cafeteria eine tumultartige Wendung, wo eine banale Auseinandersetzung in eine chaotische Schlägerei ausartet und den Frieden zerstört. Die Nachricht von den Folgen erreicht Henry mit fünf Schülern, die eine vorübergehende Suspendierung für ihre Beteiligung erhalten. Inmitten des Chaos tritt Henry erneut ein und entschärft eine hitzige Konfrontation im Flur zwischen Jack und seinem Gegner. Als Jack die Schule der Ungerechtigkeit bezichtigt, entscheidet sich Henry mehr über die fünf beteiligten Schüler zu erfahren. Er sieht sich ihre Akten an und erfährt einige interessante Dinge über sie. Da ist zunächst Zufa, der Sohn eines pakistanischen Einwanderers, der aufgrund seiner Rasse Diskriminierung erfährt. Zufa träumt davon, Musiker zu werden. Dann gibt es Denan. Sie hat sich immer wie eine Enttäuschung für ihren Vater gefühlt, weil er sich einen Sohn gewünscht hatte. Denan hat hart daran gearbeitet, den Respekt ihres Vaters zu verdienen, indem sie sogar als Kind vorgab, ein Junge zu sein. Als nächstes haben wir die Brüder Bruce und Chris. Bruce flieht vor der Realität, indem er Videospiele spielt, während Chris arbeitet, um ihre Familie zu unterstützen. Jacks Hintergrund bleibt ein Geheimnis, aber seine Handlungen führen ihn in Schwierigkeiten mit einem MMA-Wetter. In der Zwischenzeit versucht Henry, Zufa zu helfen, der vor seinem Vater davonläuft. Aber als er mehr über die Situation erfährt, tut sich Henry schwer damit, Partei zu ergreifen. Als Henry mehr über das Leben seiner Schüler erfährt, erkennt er, wie komplex ihre Probleme sind und versucht, Wege zu finden, ihnen zu helfen. Dann treffen er und Zufa sich auf der Brücke. Henry, der Zufa inspirieren will, schließt sich einer Straßenband an und fängt an zu singen. Überraschenderweise fasst Zufa den Mut mitzumachen und singt zum ersten Mal seit. In der Zwischenzeit erleben Bruce und Chris eine weitere Nacht mit den gewohnten späten Rückkehrzeiten ihres Vaters und seinen Forderungen nach Alkohol. Als sie sich weigern, greift er aus, zwingt sie, sich der harten Realität ihres zerrütteten Familienlebens zu stellen. In einer kühnen Geste des Mitgefühls tritt Henry ein und setzt sich dafür ein, dass die Brüder ihren Vater zur Rehabilitation schicken und erkennt die Auswirkungen auf ihre Familie. In der Zwischenzeit fühlt sich Denan in den engen Grenzen traditioneller Geschlechtererwartungen gefangen, als ihr Vater ihr Make-up schenkt. Frustriert von seiner Unfähigkeit, ihre wahre Identität zu akzeptieren, rebelliert Denan und plant eine Flucht in seinem Auto. Gerade rechtzeitig greift Henry ein, lenkt sie von der Gefahr ab und schlägt eine aufregende Ablenkung vor. Einen Besuch auf einer Go-Kart-Rennstrecke. Zögerlich stimmt Denan zu und so verwandelt sich die Einladung an ihren Vater in eine angespannte, aber aufschlussreiche Konfrontation. Als Vater und Tochter auf der Strecke gegeneinander antreten, erleben sie viele starke Emotionen. Als Denan beinahe abstürzt, es aber schafft, vermeiden beide eine große Erkenntnis. Zurück in der Schule finden Bruce und Chris sich mit den vergangenen Dämonen ihres Vaters konfrontiert, als sie ein Rehabilitationszentrum für eine Interviewaufgabe besuchen. Zu ihrem Schock sehen sie ihren Vater, der jetzt auf dem Weg der Besserung ist. In einem rohen und emotionalen Austausch legt ihr Vater die Tiefen seiner Verzweiflung offen und führt seinen Alkoholismus auf die Verlassenheit durch ihre Mutter zurück. Obwohl er ihre Beziehung nicht preisgibt, halt seine Entschuldigung tief nach und lässt die Brüder mit einer Flut von widersprüchlichen Emotionen kämpfen. An einem anderen Ort gerät Jack in eine riskante Situation und arbeitet für einen harten Kerl namens Jian Ying. Jian Ying bietet Jack eine Menge Geld, um das Getränk eines Kämpfers B, einem großen Wettkampf, zu manipulieren. Jian Ying arrangiert, dass sein Kämpfer verliert und Jack wird erwischt, wie er das Getränk des anderen Kämpfers manipuliert. Bevor er etwas sagen kann, wird er verprügelt und in einen Spind gestopft. Zum Glück taucht Henry auf, um nach Jack zu suchen. Er schafft es, die Kämpfer auszutricksen und ihren besten Mann zu besiegen, der gerade in den Ring steigen will. Später, im Krankenhaus, versucht Jack über Jian Ying auszupacken, wird aber abgewiesen. Trotz der Drohungen bleibt Henry entschlossen, die Wahrheit aufzudecken und seine Schüler zu schützen. Als die Nachricht von Henrys heldenhafter Tat die Fernsehbildschirme erreicht, verwandelt sich sein Image von einem gewöhnlichen Lehrer in ein Symbol des Mutes. Sein neuer Ruhm hallt in den Schulmauern wieder und bringt ihm die Bewunderung und den Respekt seiner Schüler ein. Mit dem neuen Respekt begrüßen ihn die Schüler nun herzlich, was sehr unterschiedlich ist im Vergleich dazu, wie sie ihn früher ignoriert haben. In einer Rückblende wird Henrys Vergangenheit gezeigt, wie er während der Schulzeit Streiche spielte. Er erinnert sich daran, schelmische Dinge getan zu haben, wie in einen Kampf verwickelt zu werden, der einem anderen Schüler schadete. Obwohl er in der Vergangenheit schlechte Dinge getan hat, fängt Henry an, sich zu ändern, wenn er auf das zurückschaut, was er getan hat, und versucht, es wieder gut zu machen. Als er suspendiert wurde und in die USA ging, begannen sich die Dinge für ihn zu ändern, und er fing an, seine Fehler wieder gut zu machen und einen Sinn zu finden. Jetzt, in der Gegenwart, ist Henrys Einfluss im Klassenzimmer stark, da die Schüler aufgeregt sind, von ihm zu lernen und sich auf ihre Zukunft vorzubereiten. Aber trotz dieses Fortschritts gibt es Sorge um Bruce, der Schwierigkeiten hat, sich zu sehr auf Pillen zu verlassen. Bruce's Abwärtsspirale kulminiert in einer düsteren Leistung BI einem entscheidenden simulierten Eingangstest, was auf tiefere Probleme in der Zukunft hinweist. Trotz Henrys ernsthafter Zusage, ihn zu unterstützen, vertieft sich Bruce's Verzweiflung im Laufe der Zeit. Tragischerweise erreicht seine Qual einen Höhepunkt, als er versucht, sich durch einen Sprung vom Balkon das Leben zu nehmen. Inmitten des Chaos sensationalisiert die Medien das Unglück und gibt der Schule die Schuld, beschuldigt Henry, in Bruce's verzweifelter Tat verwickelt zu sein. Mit öffentlicher Kritik konfrontiert, sieht sich Henry der Gnade des Bildungsrats ausgesetzt, der ihn für verantwortlich hält und seine Lehrerlizenz entzieht. Während Henry sich darauf vorbereitet, die Schule zu verlassen, entfaltet sich eine ergreifende Solidaritätsbekundung, als die Schüler sich hinter ihn stellen und ihn beschwören zu bleiben. Obwohl sie von seinem Abschied gebrochen sind, fassen sie den Entschluss, sein Erbe zu ehren, indem sie ihre Anstrengungen verdoppeln, um in ihren Studien zu glänzen. In der Nacht vor dem entscheidenden Test entfaltet sich ein teuflischer Plan, als Jack und seine Klassenkameraden eine irreführende Nachricht von Henry erhalten, die sie auffordert, sich vor der Prüfung an der Schule zu versammeln. Unwissentlich ist es eine Falle, die von Jian Ying orchestriert wurde, um ihre Chancen rechtzeitig in den Prüfungssaal zu gelangen, zunichte zu machen, alles in dem Versuch, sich mit Henry auseinanderzusetzen. Mit unbeirrbarer Entschlossenheit konfrontiert er Jian Yings Schergen, riskiert alles, um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten. In einem herzzerreißenden Showdown tritt Henry gegen Jian Ying an. Jeder ausgeteilte Schlag ein Zeugnis ihrer langjährigen Rivalität. Inmitten des Chaos enthüllt Jian Ying eine überraschende Wahrheit. Er war Opfer von Henrys Streich aus der Kindheit, ein Moment, der ihn wegen eines gebrochenen Arms um die Teilnahme an einem angesehenen Musikwettbewerb brachte. Inmitten der tumultartigen Konfrontation gärt Jian Yings Ressentiment gegenüber Henry und seine Träume von musikalischem Ruhm werden durch ein Kindheitserlebnis zerstört. Als der Konflikt seinen Höhepunkt erreicht, steht Henry vor einer entscheidenden Wahl, dem Zyklus der Gewalt nachgeben oder ihn überwinden. In einem Moment der Klarheit verschont er Jian Yings Leben und bittet herzergreifend um Vergebung und Abschluss. In der Zwischenzeit treffen die Schüler, unbeeindruckt vom Chaos, pünktlich zum Prüfungssaal ein und absolvieren ihre Tests mit Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit. Wochen später trägt ihre harte Arbeit Früchte, da sie in ihren Prüfungen glänzen und den Weg für eine bessere Zukunft ebnen. Mit erneuertem Entschluss schwört er, seine Träume von akademischem Erfolg im kommenden Eingangstestjahr zu verfolgen. Mit der Aussicht auf eine hellere Zukunft nimmt Henry seine Rolle als Lehrer wieder auf, bewaffnet mit den gelernten Lektionen und einem erneuerten Sinn für Zweck, bereit, eine weitere Generation von Schülern zu inspirieren.